Ja, von ABBA, die beiden Schreiberinnen, Benni und Björn, geschätzt geworden und auf ein großer Erfolg gewesen. Jetzt. Pop-Version von One Night in Bangkok. Genau, ich schaue ab jetzt und habe mit Amber. Viel Spaß. Ja, von ABBA. Viel Spaß. I love her through war, strength, and despair. She is the constant we who don't care. And you ask me why I'm going to leave her and how. I love you, I love you, I love you. Oh, my God. I love you. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020